Hi, ich bin Iris und heute gibt es mein Currently Reading für den Dezember. Aber bevor ich anfange, wie ihr sehen könnt, ich habe einen neuen Hintergrund. Und wenn ich Glück habe, dann habe ich nicht mehr diese fetten schwarzen Balken in meinen Videos mit drin. Und ja, aber da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich hoffe einfach mal, dass diese neuen Videos jetzt einfach besser aussehen. Obwohl das jetzt auch mit dem Licht etwas schwierig ist. Also ich muss da dann noch so ein bisschen arbeiten. Aber genug darüber. Ich habe hier im Hintergrund ein paar Bücher, die ich aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Und ja, die habe ich noch nicht angefangen zu lesen. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, die mit mir zusammen zu lesen oder so, falls ihr die auch zu Hause habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder gleich über Instagram direkt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir ein paar Bücher zusammen lesen. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit meinem Currently Reading. Ich lese zur Zeit vier Bücher und höre ein Hörbuch. Und das Hörbuch höre bzw. lese ich nicht alleine, sondern mit Sophie zusammen. Ihr YouTube-Kanal ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Und wir lesen oder hören zusammen Harry Potter und der Halbblutprinz von J.K. Rowling. Und das ist der sechste Band der Reihe. Und die Protagonisten sind in diesem Band so alt wie ich. Und ich habe da nur noch zwei Kapitel zu hören. Sprich, ich bin eigentlich so gut wie fertig. Und ja, in diesem Buch passiert so viel. Und es war wahnsinnig traurig. Ich war richtig geschockt an manchen Stellen. Und ja, es war so toll bis jetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fünf-Sterne-Buch ist. Weil, wie gesagt, ich habe nicht mehr viel zu hören. Und ich glaube kaum, dass in den letzten zwei Kapiteln jetzt noch irgendwas kommt, was mir dieses Buch versorgen würde. Denn in dem sechsten Band gibt es endlich Liebesbeziehungen. Ihr wisst ja, ich stehe auf Liebesgeschichten und so. Und der sechste Band, ich glaube, das wird mein Lieblingsband. Und ich feiere diese Relationships in diesem Buch so hart. Ich bin so glücklich. Und es war so süß. Ich hatte so ein Kribbeln im Bauch beim Lesen, weil es einfach so süß war. Und okay, ja. Also der sechste Band wird wahrscheinlich mein Lieblingsband. Und ich feiere den brutal. Und kann ich euch nur empfehlen. Und ja, dann kommen wir zu den Büchern, die ich im Buchform lese. Also im physischen Buchform-Dasein und so. Und das erste ist Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und dieses Buch wurde ja auch in etlichen Weisen verfilmt. Also von Walt Disney oder von Barbie oder was weiß ich noch von wem. Und ich kenne also dementsprechend die Story. Und ich wollte halt einfach mal das Buch lesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ist. Aber manchmal schaut man sich einfach Filme an und dann möchte man gerne das Original dazu lesen. Also wenn es eine Buchverfilmung ist oder so. Und genau das Gefühl hatte ich ja auch bei diesem Buch. Und ich habe es schon seit letztem Jahr hier stehen. Aber das war so nach Weihnachten. Deswegen wollte ich das erst dieses Jahr lesen. Ja, zur Weihnachtszeit dann halt. Damit ich dieses Feeling habe. Und ich habe es, also während dem Lesen, habe ich so auch so ein kleines Kribbeln im Bauch, weil es mich so an meine Kindheit erinnert. Und es ist so toll. Ich bin hier auf Seite 123. Und das Buch hat ungefähr so 190 Seiten. Also ich bin so ein bisschen über der Hälfte hinaus. Und ja, mir gefällt es echt gut in diesem Buch. Für die Leute, die nicht wissen, worum es darin geht, geht es um Mr. Scrooge. Und er ist ein Geizhals und ziemlich unerstehlich. Und irgendwie mag den einfach keiner, weil er einfach kein netter Mensch ist. Und er kriegt dann Besuch von drei Geistern, die ihn wieder wachrütteln sollen. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf jeden Fall lesen. Also ich kann euch empfehlen, diesen Film nochmal als Buch zu lesen, weil es echt schön ist. Also es ist jetzt nicht so dermaßen, so dass ich richtig geschockt bin vom Inhalt oder so. Aber es ist echt schön zu lesen. Und diese berührenden Stellen, also diese traurigen Momente, die ergreifen mich in dem Buch auch brutal. Also ich musste schon weinen und ich feiere dieses Buch echt. Das nächste Buch lese ich auch wieder nicht alleine, sondern mit zwei weiteren zusammen. Nämlich mit Tatjana und Nina von The All Star of the Fairy. Und deren Instagram und YouTube Kanäle sind natürlich auch in der Infobox verlinkt. Und wir lesen zusammen Winter in Briar Creek von Olivia Miles. Und ich bin hier gerade auf Seite 330. Und in diesem Buch geht es um Grace, die eigentlich in New York lebt und dann zur Weihnachtszeit wieder nach Hause fährt, um mit ihrer Familie gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Und irgendwie läuft es nicht so, wie sie es sich erhofft hat, denn sie wollte das schöne Weihnachtsfeeling und diese wundervolle Zeit mit der Familie verbringen und einfach so schöne Weihnachten haben. Aber es sind alle noch sehr schlecht drauf. Zum einen, weil der Vater von Grace vor kurzem verstorben ist. Und deswegen ist da so ein bisschen bedrückte Stimmung. Und natürlich auch durch deren eigenen Probleme, die sich ja in dieser Familie zusammenhäufen. Und ja, deswegen war anfangs so die Stimmung echt nicht gut. Wie gesagt, Grace kommt nach Hause. Und dann trifft sie natürlich auf die Person, die sie eigentlich vermeiden wollte zu sehen, nämlich ihre Jugendliebe, mit der sie auch ein Jahrzehnt zusammen war. Und die haben sich dann halt einfach getrennt. Und irgendwie ist es zum Ende hin nicht mehr so schön verlaufen. Und ja, wie es weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen, falls ihr das wollt. Also ich fand es bis jetzt okay. Der Anfang war halt echt nicht so gut. Also die erste Hälfte, die fand ich jetzt nicht so toll. Jetzt so zum Ende hin wird es besser und es wird spannender und es wird romantischer. Und ja, es gefällt mir besser als am Anfang. Aber dieses Buch hat ja einfach so einen Schreibstil, bei dem man mit den Gedanken abschweift. Und das gefällt mir einfach nicht. Also wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich, dass mich dieses Buch fesselt und mich von allem Möglichen ablenkt. Und nicht, dass es zulässt, dass mich meine Gedanken von dem Buch ablenken. Deswegen ist dieses Buch jetzt noch nicht so mein Favorit. Das nächste Buch, das ich lese, lese ich auch wieder nicht alleine. Sondern mit Jenny von Regenbogengarten, mit Franzi von Die Bücherseelen und mit Nina von Ninas Lesezeiten. Denn ich habe bei Jenny ihr Lesenlisten-Video angesehen. Und dann habe ich gefragt, ob ich bei dem Buch nicht bei der Lesegruppe mitmachen kann. Und das war kein Problem. Deswegen bin ich da jetzt auch in der Lesegruppe mit drin. Und ja, wir haben vorgestern oder so angefangen. Und die Rede ist von Iskari, der Sturm naht, von Kristen Sisarelli. Und ich bin da gerade auf Seite 210. Und ja, mir gefällt es echt wahnsinnig gut bis jetzt. Also in diesem Buch geht es um Iskari, die eine Todbringerin ist, die Drachen jagt und sie tötet. Und sie soll zwangsverheiratet werden mit Jarek. Und Jarek ist einfach so ein Arschloch. Und sie möchte ihn auf keinen Fall heiraten, weil er ist halt echt kein netter Mensch. Und sie weiß schon, wenn die verheiratet sind, dann wird keiner mehr etwas sagen, wie er seine Frau behandelt. Weil das einfach keiner darf. Und das ist, ich glaube, man nennt das High Fantasy. Also es ist eine komplett eigene Welt mit eigenen Sitten und eigenen Bräuchen. Und ich feiere das brutal. Also mir gefällt dieses Worldbuilding einfach super. Und auch die Geschichte. Also ich habe während dem Lesen auch so ein Kribbeln. Und ich finde das wahnsinnig toll. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Seite 210. Und vielleicht, wenn noch irgendwas Krasses kommt, dann könnte das ein Highlight von mir werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte ein Highlight werden. Und wie gesagt, mir gefällt es echt gut. Und ich kann es euch jetzt schon empfehlen, weil es halt echt ein tolles Jugendbuch ist. Das nächste Buch. Ja, da habe ich mir vorgenommen, dass ich jeden Morgen zum Frühstücken einfach ein bisschen lesen möchte. Und zwar ist es Winter der Welt von Kent Follett. Denn dieses Buch ist einfach so dick, dass ich mich da nicht stressen möchte, das irgendwie schnell zu lesen oder so. Deswegen lese ich da einfach wirklich nur morgens beim Frühstücken. Ich bin hier gerade auf Seite 36 und als ich angefangen habe zu lesen, war ich erstmal super glücklich. Weil dieses Buch hat die alten Charaktere wieder mit drin. Und da habe ich mich so gefreut. Das fand ich so toll. Und ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht weit, aber bis jetzt gefällt es mir echt gut. Und es lässt sich auch richtig flüssig lesen. Also ich habe ja davor das Hörbuch gehört und hatte ein bisschen Schiss, dass mir dieses Buch, ja, wenn ich es selbst lese, nicht so gut gefallen könnte. Aber bis jetzt gefällt es mir echt gut. Und ja, ich finde es toll. Und das war auch schon mein Currently Reading. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr so zurzeit lest und wie es euch bis jetzt gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, das war es von diesem Video.